hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jahr machen ticket und heute spiel ich habe sie schon heruntergeladen ich werde erst mal starten war da eigentlich eine beschwerde drin ich glaube bei mir war keine beschwerde schnell noch mal nachgucken bevor ich starte aber ich muss mehr gucken nach die spielen die über 18 jahre alt sind weil das eine spiel ab 18 was ich drin hatte so ein Mist gut ist abgeschlossen sammeln mein Inventar ist voll wie schön oder auch nicht plaudern zuschlag verkaufen plaudern zuschlag verkaufen oh was hat er jetzt verkaufen kaufen und tafel warten füttern was denn was verlassen und die haben wir auch ... ... ... ... ... es geht auch schnell und der nächste einmal drehen und tut was zum land zurück gut den nochmal verbessern jetzt kann ich den kaufen jawohl neuen gehören daheim Ziele ok Charakter ja oh warte mal alles anzeigen wenn ich eine krone habe könnte ich mit gold reparieren aber die habe ich nicht also muss ich mit diamanten reparieren oder hier mit was ich nicht habe das nächste sammeln und das nächste das nächste sammeln jetzt schauen wir uns mal die Charaktere an optimieren 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 hier war ich da schon ok 4 von 5 5 habe ich hier Ich habe 2 Krieger, 2 Malia und 1 Schurken Ich hätte hier gerne noch einen geholt 1 Wanderer Aber das kostet 250 Gold Und hier habe ich 2 freigeschaltet Achso, wir sind bereit 5, so war das, genau Ach Ei, ei, ei Und hier haben wir jetzt Mich einstellen Oh, nein Oh, ich kann hier Okay, geht mir Okay, geht mir Und hier sind auch schon Level 4 die beiden Hm Dann werde ich mal gucken Ich habe 4 Charaktere, die ich auf Abenteuer schicken kann Dann schauen wir mal, was wir am wenigsten haben Einzips Die beiden, ja Oh, das geht auch noch Ne, das geht nicht mehr Zauberer Dann noch ein Nahkämpfer Mach mal den mit den Zauberer Das sind dann 1200 Und gleich mal die beiden zusammen Und auch ungefähr gleich viel Erkunde Und das wollte ich machen Natürlich auch leicht Einmal kann ich ihn noch durchschicken Aber jetzt habe ich kein Charakter mehr Oh, schon fertig Blaudern Zuschlag Verkaufen Blaudern Zuschlag Kein Zuschlag Einmal verkaufen Blaudern Auch kein Zuschlag Verkaufen Blaudern Verkaufen Schauen wir mal, was für Ziele wir haben Ok, ich muss gehörnte verkaufen Fertige Schäle Wert von 2400 Gold Verkaufen 2 Klappmesser Habe ich noch Klappmesser Ähm Fertige Jagdspeer ist das Jagdspeer Jagdspeer Klappmesser valor Klappmesser Das ist Klappmesser Dicht Klappmesser Dicht Hääb Dicht Warten. Ein Charakter ist fertig. Ein Held. Komm, da warten wir noch ein bisschen. Brief. Auf Level 15 sind alle Level 1. Wann kommt er als nächstes? Was brauchst du? Oh. Aufstocken. Jetzt sind zwei Charakter da. Was heißt, ich kann eine Quest machen. Ich brauch grad davon sehr viel. Ja. Hm. ... ... ... ... ... ... ... 1 4 4 4 5 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 6 6 6 7 10 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 14 15 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 16 18 19 20 20 15 15 Gut, dass ich mehr gemacht habe. Ah, wir kaufen mal. Boah, jetzt habe ich genau noch 5, wenn die fertig werden. Oh, noch 3 Stück, bitte komm gleich wieder. Hallo, dude. Hallo, dude. Hallo, dude. Hmm. 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 Ah, guck mal, die machen wir noch einmal. Zack. Dann ist der auffällig. Okay. Oh. So, drücken wir mal auf erneut verbinden. Das passt immer bei den Spielen irgendwie immer. Ich werde da immer geschmissen. Keine Ahnung warum. Ich möchte aber die 70% haben. Äh, die 100% haben. Mein Glücksschweinchen. Und wir fahren jetzt dann mit den rein. Oh. 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 hier wird oder auch freundsinnert drei stunden dann muss erstmal die anderen beiden doch verbessern ok ok wow hey du musst doch was kaufen perfekt sie hat was gefunden was waren die Schuhe ah mal die Brust die Brust die Brust du 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 Okay. pflegt die katze oder sparschein ich hab vielleicht erst mal 50 prozent auch 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 Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Und da. Ich muss drei Stück verkaufen. Eins. Zwei. 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 Zubi. Zwei. 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 Also gleich fertig. Ok, das waren alle. Sag mir da, wo ich nur die Ressourcen verbrauchen möchte. Ich müsste die Kasse hier vorne stehen wegen Corona. Ach, so langsam. Ich wache mal wieder so langsam. Hm, eine Minute warten. Bitte schön. Ja, das ist eine ganz süße Katze. Schön. 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 fertig nicht kaufen das ist so teuer 74 stein 72 össer sind die blätter ein geschenk für mich was ist da drinnen der schniff 21 das war wo ich noch gespielt hat 20 gewesen weil sind ja nur ich und er in einer g seien zwei mann gelde und das gute ist er schmeißt mich nicht raus das ist jetzt so later Oh, du zum schönen Stab. Ja, jetzt kann ich den hier verkaufen, zeig, fertig, und, dann kaufen wir mal das. Oh, da ist schon die schöne Rüstung. So, ein pinker Bogen. Upsack, ich hab den weggemacht. Jetzt liegt er da. Und sie will den pinken Bogen. Verkauft. Die ersten sind wieder zurückgekommen. Oder von der Heimschlussrück. Hm. Ah, endlich fertig. Okay. Dann nochmal kurz schauen, was alle raus sind. Alle raus. Und dann werde ich für heute das Spiel beenden. Ich hab meinen Sparschwein heute fertig. Ah ne, ich muss aufmachen. Abholen. Und was ist drin? Ja. 100 jemand. Cool. Okay. Ne. Den wollte ich gar nicht nehmen. Ich wollte ihn da nehmen. Ah, verrutscht. Egal. Hallo. Hallo. Ich wollte den Land schließen. Beide euch mal. Hallo. Ich möchte den Land machen. Raus hier. Nein. Okay. Dich nehm ich noch an, aber dich mach ich nicht mehr fertig. Außer wenns sofort geht. Aufstocken war ja klar. Okay. Dann schauen wir mal. Aufstocken. Fertigen. So ne kleine Mütze nur. Nice. Warten. Hallo. Du raus. Ach Mensch. Jetzt kommen alle. Warum kommen jetzt ja alle? Egal. Ich mach jetzt raus. Okay. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Auf JEFF-